das ist das größte arschgericht der welt kommt auf die schöne seite bin ich zu dir ich hätte nachgenommen und kuscheln du und ich wir sind doch bei der ex ich bin ja mal gespürt sterne darf nicht sagen ich nicht lang keiner dreht hammer werfen ach ja du kommst auch ganz schwer rüber weil das ja nicht warum das so teuer auf einmal geworden ist ich auch nicht keine ahnung ich dachte so zehn wäre schon in ordnung jeder macht da noch ein aber nein ich habe rechtzeitig zurückgezogen ja das ist nicht der läuft trotzdem weiter Noch zwei Stück, toll, furchtierisch. War der Arsch schon mal dazwischen gesprungen? Nein! Das war mal übertrieben, ne? Diesmal komme ich rüber! Möchtest du nicht einstellen, dass Wario und ich irgendwie Sterne tauschen? Ja, ich. Alter. Halbwohl. Bist aber Dritter. Ja, ich weiß. Ich habe echt keine Glutort bei dem Mö. Aber zu harten und dann zu springen. Ja. 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 Dann werdet ihr das nächste Mal wieder in einen kriegen. Aber wie gut, denn die Aufnahme läuft ohne irgendwie CPU-Überlastung oder so, weil ich auch 27 habe. Ja klar. Das sowieso. Ja, aber auch beim Einkaufen und so, ne? Ein bisschen größer die Dateien, aber ich kenne die ja eh noch mal. Du Idiot, was war das? Keine Ahnung. Genau getroffen. Bisschen blöd verlaufen. Glaube ich auch, ja. Ja. Na ja. Das war ein bisschen bürgerlaufen, aber naja. Dann hast du schon gar nicht mehr gelaufen. Oder hat man am Anfang gar nichts gemacht, was ihr jetzt? Nö. Könnte jetzt auch da noch nicht mehr machen. Hm? irgendwie zwei drei schüsse gewartet dass der netz was mache jetzt kommt da keiner mehr drauf bevor ich da bin dann kommt da irgendwann die wir auf standen kommst du rüber jetzt ja auch noch ein ruf maximal sind ja eh 50 aber wie teuer ja ich hätte mich auch noch beömmelt dafür ja stimmt ja die augen ja irgendwas hast du gesehen ja genau das hat ja gereicht ich habe mir den arsch das war ja ach komm spiel ist doch scheiße bin ich schon hier drüben komm jetzt bist du da 1 oder so da wechselst das ding wechselt jetzt auch noch aber du wechselst du komm ich wechselst jetzt extra komm ich krieg noch niemand stern mehr hier alter 81 schweizig münzen und das computer mario ist bitte ahmt ist barrio dirigent anscheinend oder warum warum jetzt ich denn dauernd keine ahnung weil ich zweiter bin vielleicht könnte ja auch sein dun 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 gar nicht dube 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 du 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 Dillẻben Finish Yey ich hab' gewonnen Emily- Ey, ich hab' auch diesmal perfekt getroffen Emily- Jaaaah ich bin immer ein Cheater wenn ich gewinnen, ist er klar Emma- Du bist so'n dummeyesie echt Emily- Jaaah wir würden sie jetzt entstehen volle blickst du sagen bis sie sich stehen nein Nein, deutlich. Ja, du, ich bin dritter. Ja, war es außen... sowieso. Ich wollte eine Münze bei Vario. Was ja mal sinnvoll wäre. Der lässt sich nicht gefallen und klaut sich einen Stern vor den Peach. Kannst du doch haben, ja. War ja auch nicht viel, ne? Das waren die Münzen. Das ist das maximalste, was du kriegen kannst. Bringt das eigentlich was, wenn man sowas macht und dann noch dabei drückt? Ne, bringt nichts. Wieso? Ey, ich habe ein Glück, ne? Oh, Boses Umbruch, bitte. Scheiße. Ja, scheiße, ne? Ich verliere doch die ganzen Münzen. Ja, Boses Umbruch wäre geil gewesen. Ja, ich verliere die ganzen Münzen, weil du eh auf mich losgehst. Und lohnt sich eigentlich gar nicht, weil ich keiner ging. Und dann überdreht. Ja, da muss ich combinationen. Prügel, prügel den Kleiden! Ja. Ja. Ja, genau. In dem Moment, wo ich lande, ist... Nein, nein! Bin ich! Oh, du verdammte kleine Uwe, ne? Was? 20... Mach mal oben drauf! Ja, danke! Aaaaaaah! Das Maul! Hau dir gleich! Du seid... Aaaaaaah! Ah, du kostet noch einen Stern! Warum dauert das Moment so lange, bis du überlegen? Keine Ahnung! Das klingt jetzt doch auch schneller! Mann, 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 Mann! Ich sag' ja, das größte Pech, was es gibt! Ist halt immer eine Überlegung wert hier, ne? Was? Sich da nochmal alles durchzulesen, jede Runde. Nein, Mann! Das größte Pech, was es hier gibt! Ja, klar, ey! Wer ist auch vierter? Du! Was bist du? Ja! Ich hab' das größte Glück! Vor allem, weil ich immer in Bursa reinrennen! Ja, nee! Ist klar! Komm, das ist jetzt nicht so schlimm! Bis dritter! Nur durch Eigennützen von diesem komischen Spiel! Ich würde mal ganz lautstarken auf den ersten einfach rein tun! Du schenkst halt Wario! Oder Peach! Nein, der schenkt sie mir wieder! Ja! Ist aber nett von dir! Danke, Centus! Mach' mal den, du! Arschloch! Bin ich! Die hätte ich doch eine Runde eher brauchen können! Halt die schon!